Kurzer Nachtrag zu letztem Video. Wir haben uns letztes Mal einen Unsafe Laptop geschrieben, der ein Laptop? Das heißt, der kann null sein oder ist ein Laptop und dann haben wir hier umständlicherweise das Ganze so geschrieben. Das geht auch einfacher und zwar ist das noch gar nicht drin. Ich kannte das davor nicht, tut mir leid. Ich kenne die neue Kotlin-Version nur, naja, ich kenne eigentlich das meiste. Das Feature kannte ich tatsächlich noch nicht, ist super geil und ja, das sieht folgendermaßen aus. Wir machen das Ganze einfach hier nochmal nur als einzeilige Anwendung sozusagen. Wir können uns hier einen var myunsafe, wie nennen wir es, myunsafe-sensor nennen. Das ist natürlich vom Typ Sensor? Und im Endeffekt wollen wir jetzt genau dasselbe machen, nur wenn das Ding eben ein Smart-Sensor ist. Aber wir schreiben das als effiziente, einzeilige Anweisung. Das heißt, wir sagen hier myswitcheroo, was natürlich vom Typ Wi-Fi ist. Das heißt, es ist entweder ein Laptop oder ein Smart-Sensor. Wir wissen es nicht genau, was es ist. myswitcheroo ist gleich, äh, myunsafe-sensor ist gleich myswitcheroo as? Und dann sage ich einfach Smart-Sensor dazu. So, fertig. Und damit habt ihr im Endeffekt genau das erreicht. Äh, ja, genau, das Ding ist ein Smart-Sensor, kein normaler Sensor. Das wäre ja noch schöner, wenn es nur ein normaler Sensor wäre. Ähm, genau, und damit habt ihr im Endeffekt das erreicht, genau das erreicht, was wir hier gemacht haben. Nur eben als eine Zeile. Das heißt, ihr braucht dieses Is hier nicht schreiben. Und ihr habt dieses Frage... Okay, das Turn-On gehört da nicht mehr dazu. Also diese drei Zeilen, eins, zwei, drei, vier Zeilen eigentlich, wenn man die Klammer mitzählt. Ähm, diese vier Zeilen kann man reduzieren auf eine Zeile mit diesem As-Fragezeichen. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.